Spieltag Nummer 12 oder 13? Ich guck nochmal nach. Was toller Geiz. Soviel Zeit muss ein. Vereinser Bundesliga, Liga Tabelle. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Guck mal wo wir da sind. Wir sind quasi im internationalen... Hä? Wo sind wir denn? Acht waren noch Spiele. Die haben schon 14, die haben schon... Wo sind wir denn schon gespielt? Was ist denn da? Da war ja noch so ein Simulationsgedöns. Ach, scheiße. Ich glaub wir wären 6 da. Ja, aber wir haben auch Spiel weniger. Wir haben Spiel weniger als Schalke. Ja, klar, wir haben auch Spiel weniger. Der ist ja alles drin noch. Aber wie viel haben wir jetzt 6 dann? Wenn wir jetzt gewinnen... Der Meister werden wir. Können wir auch noch. Locker. Ach, dicke. Das ist ja nichts hier. Ja, ehrlich. 14 Punkte oder was? Bayern ist Zweiter. Warum sind die eigentlich Zweiter? Mit 10 Punkten. Das kann doch gar nicht sein. Die waren doch mal irgendwann letzter, vorletzter. Also egal. Machen wir fertig. Verkette Realität. Die haben wahrscheinlich hier die Liga gekauft. Ja, richtig. Ja. Geh mal her. Hat der Hönes, ne? Hat gesagt hier, zack. Trink mal kaufen und dann... Nimm mal hier 20 Millionen von meinem Schwarzgeldkonto. Schwarzgeldkonto. Nein, pass an. Oh, wer ist das denn? Was ist das denn für einer? Das ist Santech. Ne, den von uns. Wer war das denn? Achso, das war... Was war ich das? Eine Glatze? Ja, Glatze schon, aber so beständig. Manantin, Kante. Kante. Ali, Kante. Manantin, Kante. 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 Manantin, Kante, Kante. Manantin, Schmante auch Kante. Schmante. Schmante. So. Äh, ja. Läuft, ich sage, alles top. Also im grünen Bereich. Vielleicht mal ein Norrischein, oder? Mit der eineinhalbzeit nicht... Ach, ja, nur weil er wieder holen, ne? Ja, also holt er doch, weißt du noch. Der Norris kommt wohl mit Mehrheit nicht so ganz klar. Ne, der hat... Weißt du was? Der ist ein Rechtsradikalen eigentlich. Ja, irgendwie sowas. Die... Wir kriegen ständig von den Mails, dass er... Steine spielen will, statt... dass wir doch bitte den Method rausnehmen sollen. Ja, der ist ein Rechtsradikalen. So, der ist trollen bei den Norris, setzen wir den neben Method. Mal gucken, ob man da klarkommt. Muss das dann bringen, ey. Norris trollen. Du Stallone, wie viele Liga schützen schaffst du? Alle. Alle. Back. Back to the roots. Oh, ein bisschen dunkel geworden rausgefallen, Alter. Ja. Ja, einfach in die Tonne. Ach, in die Tonne? Ja, ja, in die Tonne kloppen. Ach so. Einfach in die Tonne kloppen. Oder die Tonne einfach um. Ach so, in die Tonne reinkloppen. Ja, in die Tonne. Ja, in die Tonne. Ja, in die Tonne. Ja, in die Tonne. Ja, genau so. Über die Tonne. Da hinten steht doch eine. Ja, sicher. Ja, eine ganz große. Das war aber neust. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Sehr gespannt, was uns hier heute... Englische Verhältnisse hier. Man lasse Trikots. Gerade mal rauszukommen, doch ich schon klitschen lassen. Schön mit den guten. Mit unseren Star-Trikots. Wie er sich da täuscht, antäuscht. Jetzt, pass auf, was macht er? Ja, kann nur reingehen. Schön. Ein wunderschönes Zuspiel. Tolle Chance jetzt. Uh. Ja, pass du mal auf? Ich war verzaubert von dem Schauspiel. Pente, da rum, äh. Sind sie schlicht lange nicht so ein... Einen schlafen sehen, am Schlag. Geil. Da war glaub ich der Norris, der konnte nämlich alles am Ball. Aufpuppen, ein-fetten, abpuppen. Durchdrücken. Das kann man noch mal einen Ball machen. Schnee schieben. Einlochen. Ich bin voll im Abschluss. Einlochen, auslochen. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Was denn da? Ja, spielen auf dich. Ach so. Der Mensch. Und einfach mal in die dritte Etage schießen. Ja, da war halt so ein Kind da oben, wollte gerne Fußball haben. Hat sich zu Weihnachten schon Fußball gemacht. Ist ja bald Weihnachten. Ja, wir stehen kurz vor Weihnachten, ist ja klar. Ist ja ein sozialer Verein. Haben wir ja mittlerweile auch schon in der Stadt, hier in Hütteswagen, wieder die Beleuchtung aufgehangen. Unser Verein birgt sogar unzufriedene Studenten, die mit 15.000 Euro im Monat... Äh! Dann ist da wohl ne Frechheit da, Schiri. Dann ist ja wohl die absolute Krönung. Alter Schwede, ey. Dann ist ja wohl die Krönung hoch 8. Jetzt verstehe ich aber hier kein Spaß mehr. Jetzt müssen wir aber hier mal andere Seiten aufziehen. Jetzt wird hier aber mal A mit B verglichen. Ey, was ist das für ein Torwart? Weil ich da wenn die Große hier fünf und fünf und fünf. Schiri. Der hat mich ganz klar weggemäht und hat man auch ganz klar gesehen. Wenn Dach kein V war, ehrlich. Ich meine, ich bin ja schon in Mimosen, aber... Was zu viel ist, ist manchmal auch zu viel. Tja, naja, völlig frei. Ach. Was zu viel ist, ist zu viel. Ach, Mann, ey. Ach, gebe es nicht, gebe es nicht. Da guckt ihr dann an, was die machen. Die hacken da rum, die machen und tun und machen. Kann doch nicht wahr sein, ey. Aber wenn wir die denn mal berühren, weiß der nicht so zauber. Ja, ist klar. Ich bin bei uns nicht umgegangen, die Lusche. Ein-Netzen, aus-Netzen, wegnetzen. Günther-Netzen. Günther-Netzen. Okay, das ist nicht klar. Ach, Mann. Immer wieder Pickel. Jetzt hat Pimmel mir den weg, ey. Guck dir her. Es muss ein Wurf gehen. Es hat nur gehackt, ey. Es hat nicht, mit Fußwarten wenig zu tun, was die da machen. Die Hacker-Truppe schlechthin. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Die müssen wir überhaupt Hackenhausen, oder? Hop-Hop. Ist er aber nicht. Das ist auf elf Meter. Ja, ja, aber hätte ich aber Amok gelaufen. So ist er. Schmuck. Schmuck. Immer wieder Schmuck. Schön. Schmigge die Schmuck. Ey, das ist nicht wahr. Das ist kein Problem, ist alles drin noch. Das ist es. Der Schiedsrichter ist sowas von Partei. Der Schiedsrichter schätzt dich, ja, wohl. Was? Ja, das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Das hat immer auch nichts mehr mit dem Fußball zu tun, man. Ja, wohl. Ja, nicht mehr, aber, ey. Gutes Tor bei der Pfeiffer, die da auch gar keine Kur mehr. Einfach mal nach vorne kloppen. Kann man mal rein. Okay. Okay. Und der kommt genau an. Gute Flankmöglichkeit jetzt. Das ist es. Das ist ganz gefährlich. Achtung. Das ist mal, konnie mit ihr. Man stand die Füße nah ran, ey. Seid ein gehackert, von denen da hinten, ey. Gibt's ja gar nicht. Stimme 13 Mann und 16 Meter rum. Ey, schlimme Verletzung in der ersten Halbzeit. Darüber reden Sie hier alle auf der Tribüne, Buschi. Ja, und hier reden vor allem auch darüber, wie das passieren kann. Und es wird sehr, sehr viel über den schlechten Platz, über den Untergrund. Ja, sicher, der Platz ist wirklich zum Kotzen. Kann man auch mal sagen, ne? Ah, noch ein bisschen mal mit dem Platz, mit dem Platzverhältnis zu tun. Da rasen sie nicht so grün wie früher. Oh, jetzt, die schlappen. Oh, nee. Ich hab' gebrüht. Nein. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Nein, ticken so weit. Nein. Und so ganz einfach war das eben nicht. Ach. Oh, Feierabend hier im weiten Rund. So sieht ein Pass aus. Achtung! Oh, abgefälscht. Oder? Nee, 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 nee. Da war nix. Nischt. Nischt. Ja, nischt. So, weiter geht. Da, alles frei. Ihnen schon ein Tor. Offen. Offen und frei. Versuch der Balleroberung. Weil ich, ja, so, ganz so frei wie ein Scheunentor. Ja, klar, ja, klar. Ja, wir berühren die Eimer. Öh, und Geld wahrscheinlich noch. Sss, sicherlich. Wofür? Für was? Was für eine Position. Das ist ja nix. Ja, es regnet und der ist nass geworden. Deswegen. Nix und sie da nix. Komm, gucken wir mal, ne? Bevor sich da gleich wieder jemand abstüppelt. Ich bin auch immer in der Einhaltzeit so tot. Tun wir mal beim Pellenrennen, aber auch schon nicht mehr. Ja. Äh, da gehen wir mal fett auf Offensive. Neues in Metal-Gedner. Edith haben wir auch schon ewig nicht mehr drin. Ja. Äh, äh, meiner einer. Ah, kann die rechts? Die können wir auch alles, ne? Rechts wie links. Links wie rechts. Rechts, ja. Ja, kann ich. Ey, Judith. Karin. Da stehen wir reichen, ne? Äh, ein bisschen Abwehr, oder? Magi mal. Haben wir links mal mitgenommen? Ja, die kann, glaube ich, auch links. Die kann alles. Die kann links wie rechts, hinten und vorne. Und unten. Mitte. Mitte. Mitte auf jeden Fall auch. Ja. Diagonal kann die auch. Ja, quer. Hat, quer auch. Quer? Quer. Quer. Ja, quer weg. Test, test. So, hier, weiter geht. Drei Mal geht das Täfelchen hoch. Drei neue Spieler in der gleichen Situation. Patsch, patsch, patsch. So, jetzt hier. Ach, so ist es nicht. Passwort, né? Mer Temp. Mach ich mir Sorgen, protests. Da mach ich mir Sorgen, die zuur. Oh, 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 oh. Barthes Vekrass, da quegnet dich breIT, dass ich nur sagen will. Näh, millones, nehmen können kein Brot gewinnen. so ein Traumpass ich weiß nicht von wem, aber das war überragender Pass ich einfach mal wieder, lass das hochspielen ja, das kommt, das bringt nix da, jetzt aber, guck mal her hinten rum, oben rum, links, links, rechts, links, raus der Keeper, ey, der kam wieder dran, hast du gesagt, das ist unfassbar, man ist da nie mehr in einem Tor, oder was? ey, der Keeper, der geht gar nicht, ey, der kriegt ja alles, wenn er will ja, sicher klar wofür geht der hin? gelb-rot der hat doch gar nichts gemacht und wir alle wissen, was das heißt Platzverweis welch die sich hat doch echt einen anerwartet, der im Fall der ganzen Tag schon so schlecht Balou-Floss eingesetzt Geld-Rote-Balou gut, der ist ein bisschen brutal, wissen wir aber sehr schön, jetzt haben wir schon voll, einfach mal voll ein Schuss gedrückt und einfach mal zu machen zwei Karten da hat man auch nicht mehr Glück, dass er da macht das ist ein kleiner er Thomas das ist mir ein bisschen zu verhören, dass er sich ein bisschen zu verhören hat, auch das ist ein bisschen zu verhören, aber ich bin nicht möglich, das ist ein bisschen zu verhören, das ist ein bisschen zu verhören, dann ist das ein bisschen groß wie bei uns. ich bin ja jetzt was ich spiele, das ist das ein bisschen zu verhören die anderen schattel das Ziel hat dort ist es passiert die nächste Schiedsrichter benachteiligt uns auch nicht das Leben mit zehn Mann und trotzdem läuft ja alles im Tor Ach, hat er nicht richtig gekriegt. Ach, Mann. Johnson. Don Johnson. Ehemals Miami-Weich. Jetzt. Hoffenheim. Und da ist auch Crockett. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Oh, das war Mau. Das war ganz Mau verteidigt. Jetzt ganz schnell machen. Ja, nee, ganz schnell machen. Oh, jetzt runter und runter. Oh, ich weiß noch nicht, wer da im Tor ist. Wiese. Der Wiese ist nicht, ja. Der wächst einfach das Gras, äh, das Gras zu, ja, das Tor zu. Ja, der, äh, der gelt sich das Tor zu. Hat er die Haare schön? Der hat die Haare immer schön. Wenn einer die Haare schön hat, dann, weil das ist ja jetzt schon wieder. Der, 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 der Diktor nicht mehr ganz. Äh, der wird zum schlechtesten Schiri aller Zeiten gewählt, meine, 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 meine. Weil der da pfeift, das hat nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Ja, Absatz. Ja, macht er jetzt ja. Der wird so schnell. Sehe, jetzt kannst du. Ja, wunderschön gespielt. The Pain. The Pain macht er. Klasse. Ist aber auch an der Außeninie weggesprintet, ey. So, da haben wir hier die Tatsachen wieder auf den Platz gegeben, wer hier, wer ist. Ach schon. Ist ja auch ein Huren-Schiri gewesen, wirklich. Aber. Irgendwie so ein Mongo, ey. So eine schlechte Leistung habe ich echt noch überhaupt nicht gesehen. Guck mal, sieh mal, wenn T-Shirt contest. Tom-Taktik. Guck, die kennt Bär drunter, die Jaja. Hast du das gesehen? Ja, nackig. Der hat nichts drunter. Hast du der Ticken, hast du der Ticken, ey. Aber ohne Nippel. Ja, ja, Nippel geht ja nicht. Warum? Ja, weil... Ist ja warmer, warmer Regen. Warmer soll mal Regen. Wenn die nicht so... Wenn die nicht so nipplig. Ja. Okay. Dann gehen die nach innen, oder was? Die gehen nach, ja. Wenn geschlupft. Kump. Ja. Das ist auch ein bisschen komisch, ne, ganz ehrlich, ne? Wenn kalt ist, dann werden bei den Frauen die Nippel dick, ne, und groß. Und so zieht sich... ...zu dachten. Das schlechte... Ich meine, komisch, oder? Da steht auch in keinem Verhältnis, oder? Nö. Unfair. Ja, ist. Unfair. Da guck ich ja nochmal das schöne Tor an. Aber ich hab, ehrlich gesagt, auch keinen Bock im Winter ständig mit einer Latte draußen rumzulaufen. Das ist auch super optimal. Das wär ja auch ein bisschen blöd, da geb ich dir recht. Boah, ist frisch. Bist du geil, oder ist dir kalt? Ja, gerade auch bei so ner Schneeballstab. Steckst du im Schnee mit... So, alles klar. Was hast du gesagt? Äh, tschö. Tschö.